Da seid ihr ja wieder. Wir wollen jetzt zum Turm hoch. Johanna, was ist denn? Der Rucksack war da, aber Filippo ist weg. Filippo! Willkommen her. Meinst du, jemand hat ihn geklaut? Aus dem Rucksack? Aber jetzt zum eigentlichen Grund unseres Treffens. Ich soll euch von Herrn Paulsen grüßen. Der ist doch unterwegs. Auf Europa-Reise ist bekannt. Opa Joost hat doch lange hier im Rathaus gearbeitet. Oh Mann, das weiß ich doch, Lukas. Aber dass er mit Herrn Strasser noch so viel Kontakt hat, das war mir nicht klar. Naja, viel Kontakt würde ich das nicht nennen. Aber ich habe eine Karte von ihm bekommen. Deswegen erzähle ich auch dieses Mal vom neuesten Abenteuer der Alster-Detektive. Ich, ich bin Luise, Luise Meier-Kiesewetter und bin Abgeordnete in der Bürgerschaft, genau wie Herr Strasser und hatte schon mehrfach das Vergnügen, die vier fleißigen Nachwuchs-Detektive kennenzulernen. Nun werde ich sie also für euch im Blick behalten und berichten, was weiter passiert. Darf ich vorstellen? Die Bürgerschaftspräsidentin, die Alster-Detektive. Oh, wie schön. Jetzt sehen wir uns endlich auch mal. Kommt rein, nehmt Platz, setzt euch hier auf die Sofas. Können wir nur noch mal einsteigen bei, das lernt man als Chefin des Parlaments und ab da noch mal machen. Und die ruhig noch mehr Zeit lassen, um die Glocke aus dem Schrank rauszuholen. Okay. Sof ich小心. Untertitelung des ZDF, 2020